Ich bin der Manuel Bötscher und betreibe mit meinem Kollegen, mit dem Herrn Hochwimmer-Geralt, die Fischzucht hier in Siegles. Wir sind ein relativ junges Unternehmen. Also es gibt es seit vier Jahren jetzt oder viereinhalb Jahren und haben eigentlich begonnen mit gar nichts. Unser Ziel war eigentlich immer aus Interesse, dass man Fische züchtet und dass man Fische verarbeitet und dass man die Fische auch direkt vermarktet und das am besten in seiner Region, wo man ist. Also so wie hier in der Region Rosalia und das ist eigentlich das, was wir wollen. Wenn man heute schaut, in Österreich werden zig Tonnen Fisch gegessen, aber es ist schon so, dass wir 95% der Fische eigentlich importieren und 5% der Fische bei uns in Österreich selbst gezüchtet werden. Und es ist eigentlich eine Zahl, wo man sagt, es ist schade, wir leben in einem wunderbaren Land, wir haben irrsinnig viel Wasser und warum kann man das nicht selber machen? Und das war eigentlich auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, Fischzucht, ja, aber Fischzucht nur dann, wenn wir auch unsere Fische selber produzieren können. Wir erzeugen unsere Fische, wir erbrücken unsere Fische selber, wir verarbeiten unsere Fische auch selber und wir liefern es oder ja, wir liefern es auch eigentlich an den Kunden dann aus. Also dass wirklich die ganze Wertschöpfung eigentlich vom Fisch bei uns in Betrieb bleibt. Also das ist, das findet man sehr wichtig in der heutigen Zeit. die... 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 Vielen Dank.